herzlich willkommen zurück zu paulia wir warten darauf dass diese eigentlich gerade wieder zurückkommt und die spricht aber gerade mit ihrem kerl und spielt mit dem kind und jetzt müssen wir zu einer wir haben mich da wird zähne erreicht mit der gut wird man das soll das rumgeblieben 24 stück haben wir noch wir könnten eigentlich noch mit jagen wenn wir auf dem rückweg sind und wir müssen angeblich die wochenaufgaben erledigen du bist hier herzlichen glückwunsch glückwunsch wofür fragst du dich vielleicht nun für den betritt der angelgelder du kannst es mehr dinge bei mir kaufen aber diese dinge werden materiell sein und nicht metaphorisch ebenfalls nicht metaphorisch die mit der jungs diese gegen sie eintauschen sie erhalten mehr dieser mit der jungs indem sie ihre fähigkeiten verbessern oder wöchentliche angelaufgaben erfüllen bitte schau dir alles in ruhe an ich habe viel zeit wirkungsvoller haken booster verkürzt die nötige zeit um fische an den haken zu bekommen deutlich okay erhöht die wiederherstellungsrate der angelsroute deutlich erhöht die größe des angelklammer deutlich wenn ausgerüstet erhöht die geschwindigkeit der angelklammer deutlich okay auch wieder ein gewöhnlicher schwimmer angeschwimmen mit dem gewöhnliche angelroute er setzt seine angeschwimmer mit einer elen angelroute er lesen ersetzt seine angeschwimmer mit der erlesene angelroute okay anglerplakette diese plakette bescheinigt dass du ein großer angler in einem kleinen dorf bist er setzt seine angeschwimmer mit einem festlichen laterne was andere weg werfen holen anger wieder raus und hey schau mal was du gefangen hast also wird angestuft angler aquarium und jetzt könnten wir 20 glühwürmchen keine dafür kriegen ach so können wir denn so was das machen wir mal und wie kriegen wir jetzt diese angelaufgaben wusstest du dass einige steinchen kleine fragmenter aus strömung verborgen sind andere gegen sind einfach einfach nur hübsch wie kriegen wir denn jetzt habe ich das jetzt überlesen weil wir müssen doch diese angelaufträge machen oder woher fahren wir denn diese angelaufträge die wir diese woche machen müssen gemeinschaft unser team aber da haben was ganz besondere beziehungen events ok sammlung ok und wo können wir jetzt nicht wo kriegen wir denn diese diese sammelaufträge her diese wöchentlichen fisch aufgaben oder wie die auch mal heißen ok hier auch nicht ja ja wo kriegen wir denn her oder sind das seine wöchentlichen angelaufgaben ja ich habe einen besonders geistreichen augenlosen erde ist gesucht die mir gesellschaft leisten könnte immer bescheid wenn du einen nächsten platt findest ok dann gucken wir mal eben kurz wo wir diesen ehrlich zerkriegen und dann geht das furcht fröhlich weiter oder sind wir auch schon auf level 9 schön oh kreech 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 aber das ist das ist das ist wahrscheinlich nur so ein event ok also das heißt wenn das dann endlich mal 18 uhr wieder ist dann müssen wir da mal hin und mal gucken du kannst stand oder deine gruppenmitglieder auf der karte sehen nun komm mach ich hier ja mein papa kann sie sagen wenn du alle aufträge abgeschlossen hast kriegst du 2000 von den medaillons richtig habe ich das jetzt richtig verstanden ok also augenlosen erlitz da brauchen wir gar keine wärmer von ich bin immer noch eklig dass es in dem hintergrund so laut ist die dritte die dritte die dritte die dritte heute tage sind und ich bin hier um zuhause fühlen sich so verstehen sie sich wirklich das zuhause verkehre und so dann wollen wir mal kurz den augenlosen erde zu fangen nicht geschlossen ich habe den kod entdeckt also doch schon unser erlitz perfekter fangen super super duper so dann machen wir daraus noch mal ein kurzer eisenerz und wann wir wieder zurück ich nehme an dass es die aufgaben sein müssen sonst weiß ich dass mich nicht was sonst für aufgaben wo wir die herkriegen überhaupt wo ist denn die anglergilde haben sie schon alles weg gebaut manu na gut dann müssen wir noch mal ein kurzes themen bringen haben wir hier noch irgendwie was wir fangen können auch nicht wirklich wenn mir riecht das hier verbrannt vielleicht sind das sind die wöchentliche aufgaben das ist der beruf wenn man die wöchentliche aufgaben nur einmal am tag abschließen kann ist auch doof ja dann mach doch mal hinne los nicht danke fürs warten sondern hinne machen habe noch gekriegt meins das war sogar fast daneben stufe 9 jagen super laufst du mal weg so noch mal kurz schnell zu einer dann haben wir das auch mit fertig das soll im hals rein natürlich bist du ein schwarzes ich glaube du bist ein schwarzes ne weißt du was hat ich das mitgenommen wir haben ein fisch für dich ein fisch einer am fisch einer am fisch was entzünden das kleines geschöpf ich denke ich werde ihn meine einzigkeit mit dem wellen das hast du für seelische sorgen ich weiß auch nicht wo sind denn diese wochenaufgaben oder sind dass sie diese wochenaufgaben wo kriegt man diese wochenaufgaben denn her gibt es irgendwo eine anglergilde wo das vielleicht dran hängt oder muss diese woche den den und den fisch fangen gibt es das ich habe keine ahnung vielleicht steht noch was im brief drin aber ich denke eher nicht dass da irgendwas drin bestehen wird oder sind das tatsächlich seine wochenaufgaben oh ja was sie an dann machen wir den mal kurz zuerst vor der will mich abhaut ich habe dich nicht gesehen schätze ich finde es nicht seltsam dass heckler mir mal hinterher läuft ganz so gar nicht gut meine freunde an der akademie finden das komisch andererseits waren sie auch keine besonders guten freunde einmal flirten das ist mein lieblingsforschungspartner du hast mir schon unzählige male geholfen natürlich bist du das ich bin froh dass ich helfen konnte großartig denn ich glaube an sie oh also ich mag dich auf verstehen das heißt du magst mich richtig ist es das was wir mögen bedeutet ja 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 ein herzig ein herzig 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 wir haben noch fünf Minuten morgen kurz warten alles gut pass dich an lauf nicht wieder weg bleib hier nein ich will nicht mit taurin mit taurin mit taurin du bist eine gute jägerin geworden joe ich glaube du kannst deinen bogen endlich abfeuern ohne dich zu verletzen hä ich bin nicht mit dir erlesene bogen ja endlich schätze ist es draußen kalt ist mir gar nicht aufgefallen ich habe so antrainiert die kälte nicht mehr zu spüren ja hier ist klar junge komm mal wieder runter von deinem ross da rät jeder der typ heißt pizza so das haben wir auch abgeschossen jetzt müssen wir noch mal kurz den brief lesen sonst weiß ich mich nicht wo wir diese aufgaben herkriegen sollen diese angelaufgaben ich habe keine ahnung aber vielleicht schreibt uns das ja auch ein brief das kann natürlich auch sein weil ich möchte diese 2000 medaillons möchte ich ja nicht ganz gerne haben mit fischen insekten sogar lebensmittel stellen qualität nein ich möchte mein haus wieder mit fischen noch mit insekten vollstopfen danke es gab geld ja muss bezeichnet werden 100.000 gold und gewert haben wir hier habe ich jetzt wirklich ne wahrscheinlich haben wir 100.000 mit dabei verdient ja so viel jeder bekommen uns mit jeder tut schmeißen so jetzt erstmal die alle wieder hier verkaufen 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 2,40 gold wir haben nur wesentlich mehr viel bezahlt und wir müssen auch mal den gegagten haben jo irgendwas gefunden eine ecke vergessen gut so 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 wir haben jetzt auch die stufe 2 den hier einmal da rein dann haben die ihm da bin ich schon mal fertig die hier schon mal viele die ich äh wo ich." f w wir können ja jetzt den erlesenen bogen machen warte mal wo haben wir den bogen er lesen den bogen kann hergesteckt werden Super haben wir denn auch schon die 산 die erlesene spitzhacker haben wir noch nicht die erlesene gießkanne fehlt uns noch jetzt kommt was könnten wir auch eigentlich herstellen die seltene ärzte wo eigentlich finden wir auch so eigentlich brauchen wir gar nicht so schnell gießen und dann haben wir auch schon wieder folgen ende hast du schon irgendwas davon gehört wie man diese 2000 medaillons kriegt 2000 medaillons wenn man da wird zehn erreicht hat angeblich soll man da irgendwelche wochenaufgaben machen und dann kriegt man an deutlich kriegt man um die 2000 medaillons und ich weiß nicht ob diese wochenaufgaben die zu besuch haben das dann sind oder ob man da irgendwo film muss damit man die dann kriegt oder sowas okay keine ahnung könnte sein können dass du schon irgendwas gehört hast vielleicht kriegst du die oder so wenn du alle vier wochenwünsche erfüllst ich habe keine ahnung bisschen fragen muss erst mal stufe vier seien mit allen du kannst wochen auftreten kannst du so annehmen oder also ich konnte gerade bei einer die wochenauftrag zu annehmen ja es gibt einmal ein wocheneintrag auf level 1 also freundschaft stufe 1 dann auch freundschaft 2 auf 3 und auf 4 ok so dann sind nämlich alle vier freundsche also wochenwünsche offen na dann sprichst du die an und machst sie auf und dann sind die alle da aber wie gesagt es geht erst bis freundschaft stufe 4 dass du alle vier hast und ich bin der meinung wenn du dann alle vier abgehakt hast dann kriegst du diese komischen medaillen ja okay ja das kann sein wie gesagt ist aber nur eine theorie von mir ja ja also so kann ich mir das jetzt vorstellen diese person darf um diese quest freizuschalten ok also einen haben wir auf jeden fall erreicht also ich kann anscheinend bis drei du hast recht weil der andere ist nämlich so grauen hinterlegt genau aber wahrscheinlich kann ich die andere sowieso ja noch nicht machen weil ich ihm heute ja schon das geschenk gegeben habe ja das heißt morgen erst wird viel scheiß wie gesagt die wochenwünsche sind ja die ganze woche da also sieben tage ja dann erneuern die sich ja wieder oh hi hi warte was zur stellung mit dieser lesezeichen verstehst ja ich habe zufällig gehört wie jener über ein seltsames artefatt gemummelt hat das in der nähe eures hauses ausgegraben hat wie seltsam ist jener das ist mir egal ob du mal guckst oder nicht guckst kann ich jetzt noch mal mit ihm flirten nö kann ich nicht du hast jetzt immer noch nicht die bibliothek das weiß nö ok wenn du den kriegst oder so das buch hier oben hm also das grüne was so ins auge springt ja da steht dann irgendwann ein f und dann kannst du die karottengräben suchen ah nee sie hat gerade irgendwie oh hallo ah nee jetzt kann man auch leute durch die tür ansprechen wenn sie sich hingelegt haben ok das ist auch neu das konntest du vorher auch nicht doch nee das ging immer bei mir nicht mal mal also bei mir ging das mal ja mal nein ok hm ah nee das ist Versammlung so bist du fertig äh ja so lieben das war dann diese Folge wir sehen uns dann in der nächsten tschüss